Was wäre eine Kirmes, ein Weihnachtsmarkt oder ein Jahrmarkt ohne diese Stände mit den leckeren Champignons und ihrer dazugehörigen Knoblauchsoße? Das wäre doch nichts. Einem erfolgreichen Schausteller aus dem Freundeskreis habe ich in so einem Betrieb mal geholfen. Und von ihm habe ich auch ein Originalrezept. Wie man die Champignons so hinbekommt, dass sie wie auf dem Jahrmarkt schmecken, das erkläre ich in diesem Video und da gibt es einiges zu beachten. Ich bin Kalle und ihr seid bei Coxto mit Kalle. Herzlich Willkommen! Die ersten Fehler treten schon bei der Wahl der Zutaten auf. Sie sind nahezu immer die gleichen, aber die Mengenangaben waren ihre natürlich, je nachdem wie viel man machen will. Ich lasse sie hier mal durchlaufen, um vorzulesen ist das zu viel, aber sie können natürlich unter diesem Video alle nachgelesen werden. Damit die Soße gut durchziehen kann, erstellen wir die als erstes. In so einem täglichen Schaustellerbetrieb hat man nicht viel Zeit. Deswegen ist die Zubereitung relativ schnell erledigt. Schmand, Joghurt, Gewürze zusammen verrühren und fertig ist die Soße. Jetzt kommen wir zur Zubereitung der Champignons und hier beginnt bereits der erste Fehler. In den meisten Rezepten, die man im Internet findet, werden weiße Zwiebeln genommen und die werden in feine Würfelchen geschnitten. Das ist beides falsch. Weiße Zwiebeln verbrennen schneller und feine Würfel natürlich ebenfalls. Deswegen werden rote Zwiebeln genommen, die nicht ganz so fein geschnitten werden. Die Schausteller verwenden in der Regel weiße, kleine und noch geschlossene Champignons. Man kann aber auch große, leicht geöffnete und braune Champignons nehmen. Das ist dem Geschmack nicht abträglich. Es hat nur was mit der Optik zu tun. Große Champignons sollten geviertelt oder halbiert werden, je nach Größe. Wir verwenden Olivenöl, da Olivenöl schneller verbrennt als Speiseöl, beispielsweise Rapsöl, sollte die Pfanne nicht allzu heiß sein. Jetzt kommen wir zum zweiten Fehler. In einigen Rezepten ist zu lesen, dass als erstes Champignons und dann die Zwiebeln angebraten werden. Das ist natürlich, wenn man rote Zwiebeln nimmt, Quatsch. Allein des Geschmacks wegen sollten die Zwiebeln als erstes angebraten werden. Rote Zwiebeln dauern im Übrigen länger als weiße Zwiebeln. Und wie ich gerade erklärt hatte, darf die Pfanne nicht zu heiß sein. Deswegen brauchen die Zwiebeln eine Weile. Naja, sagen wir mal so vier bis fünf Minuten dürfen sie vor sich hin schmoren. Und erst jetzt kommen die Champignons hinzu. In einigen Rezepten steht Deckel drauf. Das ist natürlich völliger Blödsinn. Champignons enthalten viel Wasser. Das muss verdunsten. Ansonsten fangen sie an zu schwimmen und werden wetschelig. Auch den Champignons muss jetzt ausreichend Zeit gegeben werden, damit das Wasser verdunsten kann. Und schon sind wir auch beim nächsten Fehler. Einige machen jetzt bereits Salz dazu. Salz entzieht den Pilzen Flüssigkeit. Na und wie ich gerade sagte, die Pilze sollen ja Flüssigkeit verlieren. Aber sie sollen nicht schwimmen, denn dann fangen sie an zu kochen. Und das ist nicht gewünscht. Sie sollen braten. Deshalb kommen als erstes die anderen Gewürze hinzu. Wenn ihr jetzt mal in die Pfanne schaut, da ist keine Flüssigkeit drin. Das heißt, die Pilze sind schön gebraten und nicht geschmort. Und jetzt erst kommt Salz hinzu. Wenn ihr das so befolgt, habt ihr die leckersten Champignons. Kann ich euch sagen. Jetzt anrichten die Soße dazu. Und es schmeckt wirklich, 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 wirklich wie auf dem Jahrmarkt. Ich verspreche es euch. Das war es von mir bis hier. Tschüss, euer Kalle.